ja ja freunde herzlich willkommen zurück zu Garten uns und hier auf diese Stelle kennt ihn noch vom letzten um ja ich soll es einfach mal wieder ein und wir nehmen die ganze Sache mal wieder auf Morgon die Welt heute kommen um wir probieren einfach mal jetzt kommt der Typ ja wieder hier komisch ok auf dem Bettkanal so quasi dann also kommt er nicht ran also könnte ich ja mal versuchen zu schießen natürlich nicht getroffen sensationell in den Kopf komm mal her hier oh nicht getroffen hm hm woher denn jetzt hin ich hoffe der kommt nochmal wieder oh das wieder was denn jetzt los was denn jetzt los sehr nice so so die andere Stelle kennen wir ja schon so ein bisschen ja das ist der Mann wieder drinnen gleich mal reinlatschen hier ok jetzt mal mit ähm dass ich irgendwie hinlegen dass ich das irgendwie hinkriege ja sehr gut so mal gucken ob ich jetzt die Tür auf kriege ja toll ok probieren wir mal kommt er hier rein ich weiß nicht der darf sie nicht so viel bewegen sonst treffe ich natürlich nicht und das ist jetzt ganz schlecht hier ist noch einer ok ich schnapp meine Erinnerung noch sicher wieder geil verstecken sehr nice das läuft ja schon mal so kann man irgendwas gebrauchen hier das ist natürlich nicht so viel mit der Lampe hier ich glaub die Lampe brauchen wir nämlich nicht ich hoffe es kommt keiner mehr so das aufkriege hier ne hier nicht äh was bald kann er ok so wir müssen wohl die hier ist zu ok kommen wir hier rein? ne da rein hier kommen wir auch nicht rein oh hier kommen wir rein das ist doch schon mal was oh ich glaub hier war ich schon mal gewesen ich muss irgendwas übersehen haben ok okay welche richtung? jetzt hier ok so waren wir hier schon? hm hier waren wir auch schon hier ist meine Piste Oh, ist ja wieder aus Atem hier. Hier waren wir auch schon. Hier sitzt einer auf dem Klo. War ich hier eigentlich schon drin? Ah, hier. Jetzt auch mal auf dem Klo. Trauen Sie nicht raus. Delusion. So, manchmal kurz nochmal nach oben. Was ist das für Munition? Muss ich doch wieder auf Scharfschützengewehr umtauschen, glaube ich. Mit ein paar Schuss hier, wo ich kann nicht... komme ich ja nicht weit. So, jetzt haben wir's. Aha, okay. Okay. So, den hat man erledigt. Können wir hier nochmal rein. Gucken können wir ja nochmal. Vielleicht haben wir ja irgendwas noch übersehen. Eine Munition oder irgendwie sowas in der Richtung. Munition ist ganz schön mangelbar hier. Ich will das Teil haben. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Und hier sind wir wieder. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt den Bolzenschneider gefunden. Okay. Puh. Müssen wir wieder Items drücken. Ja, Items. Nichts. So. Nein, vorsichtig. Ich hoffe, er kommt gleich noch so ein Monster. Da hab ich immer wirklich Bock drauf. Oh, laden, laden. Oh, hier ist auch wieder richtig schön hell. Oh. 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 woah. Ehmm. Fackel, die kann man ja auch vergessen, ey. Das können wir nicht mehr nehmen? Nein, scheint nicht. Wenn jetzt hier so ein Monster kommt, habe ich keine Chance, ey. Ich nehme die Pistole. Ich weiß auch nicht. So, ich wusste es. Oh, das gibt es gar nicht, wie viel die Aushalten. Oh Mann, oh Mann. Wie sieht meine Energie eigentlich wie er selber auf? Mal gucken. Hier war ja irgendwo ein Medikid. Hier. Wie kann ich denn das benutzen? Bin ich jetzt wieder voll oder bin ich jetzt nicht voll? Ich sage mal kurz nochmal in Option Keyword. So, Jump. Und das hatten wir. Slot. Next to the pin. Q müssen wir drücken. Use a Heal Kit. Okay. Habe ich es jetzt gemacht? Oder irgendwie. Weiß ich auch nicht. Okay, gut. Es scheint wohl nicht funktionieren. Oder es lädt sich wieder selber auf. Ich weiß es nicht. So, hier waren wir ja schon. Ich hoffe es kommt nicht noch ein Monster. Das wäre nicht gut. Also ich brauche hier richtig viel Munition jetzt. Also. Sonst bitte ist nix. Hier haben wir was. Pistolen Munition, glaube ich. Jetzt kommt es so aus. Jo. Okay. Sehr gut. Weiß ein bisschen was. Die gehen wir erstmal noch nicht raus. Wahrscheinlich müssen wir da rausgehen. Also. Vielen Dank. Vielleicht kommt hier bestimmt keiner. Das würde ja passen. Was ist das hier? What? Igor. In der Haussion. Wo ist mein Hammer jetzt hin? Achso, den habe ich nur gefunden. Okay. Den werden wir wahrscheinlich noch mal brauchen. Okay. Okay. Oh, jetzt geht es ja wieder. Hm. Äh, Licht. So. So. Wie sieht es aus hier? Kennen wir was? Genau, wir werden das mal gleich mitnehmen. Falls jetzt hier so ein Typ kommt. Und der Meinung ist, er muss jetzt hier rumballern. Was ist das? Kann ich da was machen? Hallo? Oh. Oh, was noch? Yeah. Okay. Oh, nee. Okay. Passt. Das passt. Das passt. Das passt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ein Fahrrad. Ein kaputtes Fahrrad. Aha. Munition. Das ist gut. Das ist immer gut. Mal speichern hier. Das ist schon mal schön. Komm. Gib mir die eine Munition hier. Ich will nur die andere. Mann. Ach. Das ist doch schon mal scheiße. Muss ich rausspringen? Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Gehen wir wieder her. Nein. Nein. Mann. Ich will doch nur die Munition haben. Er gibt's mir nicht. Er gibt's mir nicht. Ich könnte ausrasten. Und dabei ist das so wichtig, diese Munition. Was machen denn jetzt? Hä? Achso, decken wir was ja in der Hand wahrscheinlich. Ne. Ne. Ach, jetzt geht's. So. Wo haben wir denn noch was hier? Das Hilfe-Kit. Okay. So. Jetzt sind wir draußen. Wenn wir mal ein bisschen langsamer laufen hier. Da werden bestimmt welche kommen. Weil da würde das Scharfschützengewehr jetzt sinnmal. Aber wahrscheinlich kommt's natürlich nicht. Ist klar. Schöner, guck doch euch die Fahnen an. Kann ich ja auch stehen, ja. Bis jetzt siehts ja noch friedlich aus. Ich weiß gar nicht, was piept mir eigentlich so. Ich mach nochmal einen Bolzensschneider. Ja, die haben wir noch bei. Wir werden mal gucken jetzt auf die richtige Tüge. Okay, die ist zu. Okay, jetzt geht es nicht. Okay. Hm, also schon wahrscheinlich. Jetzt gehen wir hier raus und dann gehen wir hinten wieder rein. Ja, toll. Okay, dann machen wir das so. Was ist mit dem Hammer? Ja, guck mal. Ja, rein, raus, rein, raus. Oh, hier ist was los. So, wo sind wir? Okay. Ich seh nix. Langsam wieder hell. Gut. Das ist schon mal schön. Können wir hier was brauchen? Können wir was mitnehmen? Natürlich nicht. Strom. Ich will Strom anmachen. Strom. Nichts, also. Das kann ja nicht gut sein. Das kann nicht. Wo ist denn nun? Okay. Ähm. Wo ist jetzt? Oh Gott. Ich seh nix gerade. Die Lampe ist für'n Arsch, Alter. Die macht's überhaupt nicht jeder hier. Der Schlüssel ist immer gut. Müssen wir wahrscheinlich wieder rausgehen dann. Hier hinten raus. Hier ist noch eine Tür. Hier hinten liegt auch noch mal ein Erste-Hilfe-Kit. Okay, mehr liegt hier nicht. So. Oh, was liegt denn hier im Weg, ey? Oh, da geht's auch noch hin. Oh, da geht's auch noch hin. Dies ist schon. Ich nehme hier. Oh, das ist schon ganz richtig Sie will es mir aber nicht geben, echt kein Gott. Was ist denn das? Ja, sah fast aus wie ein Shotgun. Was ist das jetzt hier? Fahrplan. Was hat er? Scheiß ich jetzt nicht lesen. Sehr ist nur Elektrizität, okay. Ja, und nun? Jetzt bin ich eingelaufen. Oh, Munition. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Hier haben wir das Problem. Gib sie mir. Das es mir alles geben. Hallo? Oh, liegt das vielleicht? Oh, das liegt bestimmt da an. Habe ich Voll-Army? Amu meine ich? Oh, ich kann es nicht nehmen. Gibs mehr, gibs mehr, gibs mehr, gibs mehr. Nein. So kommen wir nicht weiter. Oh, Entschuldigung. Wir fahren. Ich habe Fenster offen. Also nicht wundern, dass es ein bisschen lauter ist. Das krieg ich leider auch nicht aus, weil ich direkt an der Straße bin. Also wundert euch nicht, wenn es ab und zu mal ein bisschen lauter wird. So, jetzt haben wir es ja wieder schön dunkel hier. Latschen wir mal zurück und wir gucken mal, ob wir noch irgendwas hier finden. Okay, hier kann ich überall nichts weiter machen. Ich weiß gar nicht, warum steht hier ein Auto rum. Vor allem noch Licht an. Mach mal Licht aus. Okay. Okay. Ja, muss ich jetzt nochmal zurück mit dem Teil? Ich lauf erstmal ein Stück weiter und gucken wir nochmal. Okay, ich lauf mal zurück hier. Ich glaube, das müssen wir bestimmt dahinter bringen. Also hoffentlich. Äh, wo war die Tür? Hier unten. So, und rein. Ah, jetzt hier. So. Okay, das können wir nicht. Vielleicht können wir was mit dem Items machen hier. Plus. Vorschlacht. Post. Auch nicht. Muss ich tatsächlich raus hier. Aber dann machen wir das so. Hier ist er wieder K.O. Jetzt bin ich überfragt. Ich und Rätsel. Da kann ich ja gar nicht leiden. Können wir hier... Vielleicht können wir das hier anwenden. Nicht? Was ist mit dem Schlüssel hier? Können wir damit was anwenden? Muss ich wieder zurücklaufen? Oh, ist aber dunkel hier. Okay. Loll. Okay. Das ist nicht erledigt. Also müssen wir hier irgendwas machen. Okay. Wir müssen bloß noch herausfinden... Oh, guck mal hier. Nee. Ist das ein Bug gerade? Warte. Warte. Okay. Das geht nicht. Was ist denn noch hier? Da kann man überall nicht... Das geht nicht... Hier... Ach, hier. Guck mal hier. Ich glaube hier müssen wir's machen, ne? Na ja. Das könnte sein. Los geht's. Nicht? Auch nicht. Toll. Ich streng die doch mal an. Hm. Lecker. Ich will dich auch noch erinnern. Ich hätte hier oben auch mal einen Schlüssel nehmen können, ey. Ich stepp. Ne, ist mal weit. Vielleicht kommen wir oben nicht rein, weil ich habe ja jetzt einen Schlüssel eingesammelt. Vielleicht müssen wir den jetzt oben da irgendwie... äh, betät hier in den Schlüssel. Wir gucken mal. Damit wir uns Schlüssel... Ah, wir sind ein Stück weiter. Okay. Das passt schon mal. So. Okay. Ihhh. Puh. 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 Hände. Ja, wenn wir mal schauen. Und eigentlich hält das nur mit einer Hand. Cooler Typ. Hallo. Ich bin ein sehr, sehr geiler Typ. Wie ich das immer mache. Schönen guten Tag. Es ist kalt, diese Wasser. Danke. Ich habe euch mal kurz erschrocken. So klopfen können. Ah, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Was hat er? Yes. Uh, geil. So, ein Speicherpunkt heißt dann immer, wir haben jetzt gleich irgendwo richtig Action hier. Was ist denn los? Oh, ich will ganz sagen. Und wieder Laden. Und wieder Laden. Hm. Hm. So. Nun gucken wir mal. Ja, genau. Das hat mir jetzt keine Angst gemacht. Hundertprozentig nicht. Das ist ja schon wieder so ein Riesenteil hier. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst hinlaufen soll. Wir fangen mal hier an. Das ist hier nichts. Sehr gut. Hier geht es auch nicht weiter. Okay. Dann wollen wir mal hier rein. Wir gehen mal da rein. Ich will eigentlich nicht. Läht der ja schon wieder. Was soll denn das? Es gefällt mir nicht, wenn er lädt. Ah, ah, ah. Du bist da. Was für eine Überraschung. Ich dachte ehrlich, du würdest nicht so weit kommen. Eine Riesenspeisesahn. Okay, wenn jetzt jemand kommt, könnte ich hier auf den Tisch, okay. Ich glaube, die kommen da nicht drauf. Was ist das? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe meinen Eltern zurückgebracht. Du hast sie von mir genommen genommen. All das ist da drin. Ich habe vielleicht genommen genommen, aber sie hatten keine Wahl. Du bist Vater gearbeitet für die Resistenz. Er musste sich zur Justiz. Sie zur Justiz für ihn zu sterben? Und was über meine Mutter? Du hast sie auch? Ich werde dich verabschieden. Ich habe dich bereits erwähnt, Grabosna. Gehe deinen Weg jetzt, oder sterben eine Mischung. Es ist deine Wahl. Sei nicht ein Fuss. Es ist eine Idee. Ja. Und was du willst, Grabosna? Geld? Liebe? Ja? Grabosna. Ich habe keine Zeit, um diese Dinge zu diskutieren. Du bist in meinem Haus, verabschiedetest. Du bist hier nicht, und nie werden. Es ist nur, dass du jetzt wegst. Oder du bist noch in einem Ort. Hey! Woher du gehst? Ich habe meine Arbeit. Ich habe meine Arbeit. Wie ist das? Was zu essen? Oh, was ist denn los? Was ist denn los? Die mehr gibt es hier nicht? Was? 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 Toll. Darf ich mich jetzt hierin gelatschen oder was? Ich bin hinten bis in der Mitte. Dann ist es gut. Ich bin hier in der Mitte. Ich verlaufen mich hier noch. So bin ich hierhin lang gelaufen. ich bin links rein hier bin ich auch schnell gelaufen ja da bin ich hier rechts rein mal hochlatschen cooler Typ so ok hier werde ich jetzt die Folge beenden wir werden die zweite Etage auf jeden Fall in der nächsten Folge uns mal anschauen und ich hoffe ihr seid wieder dabei ist schon recht spannend wie ihr seht hoffen wir dass noch ein bisschen mehr Action passiert hier und schlafe ich sogar ein gut ich bedanke mich für das Zuschauen und wie gesagt bis zur nächsten Folge bis denn